Oh mein Gott, Leute, wenn das wahr ist, Alter, dann fresse ich wirklich einen Besen. In diesem McDonald's, auf meinem Server, soll man ein echtes McDonald's-Menü sich verdienen können, wenn man 1000 Diamanten vorbeibringt. Und das schauen wir uns jetzt hier heute mal an. Ich bin echt gespannt, ob das stimmt. Alter, wenn das wirklich stimmt, dann bekommen wir heute einfach McDonald's, Digga. Denkt dran, bei 400 Likes kommt das nächste Video online. Also alle fleißig den Daumen nach oben schallern und schreibt mir mal euren Lieblings-McDonald's-Burger in die Kommentare. Viel Spaß beim Video. Hier seht ihr es, hier steht's, kaufe 1000 Diamanten, um ein McDonald's-Menü nach Hause geliefert zu bekommen. Nur 1000 Diamanten. Nur hier gibt es das beste Essen und die besten Diamanten, Leute. Was erstmal cool ist, was schon mal, was ich am Anfang mal sagen muss, in diesem McDonald's bekommt man einfach kostenlos Essen. Jeder kann hier vorbeikommen und sich kostenlos Essen abholen. Aber, was das krassste ist und was ich wirklich noch nie erlebt habe, auf einem Server oder quasi in Minecraft, hier soll man echtes McDonald's-Essen bekommen. Hier kann man dann auch anscheinend Diamanten kaufen oder... Na, okay, der hat das Shop-Schild anscheinend mittlerweile entfernt. Vielleicht ist er ausverkauft. Aber hier steht's auch nochmal. Lieferung nach Hause für 1000 Diamanten. Und er hat hier in seinem McDonald's einen Diamanten-Shop. Das heißt, sein Geld verdient er hier auf dem Server mit Diamanten. Er lockt die Leute hier in diesen McDonald's rein mit kostenlosem Essen. Wo ist er denn eigentlich? Da hinten ist er. Wartet mal. Der hat ja sogar einen McDonald's-Skin. Alter, was geht hier bitte ab? Hey, Theo. Was geht ab? Ein McChicken, bitte. Moin. Ja, moin, moin. Ähm, also... Ich hab Zeit. Ja, hab ich. Ist das wirklich wahr? Er sagt jetzt auch nochmal extra, es ist Real-Life-McDonald's gemeint. Das heißt, ich bekomm's dann nach Hause vor die Haustür geliefert. Er muss nur meine Adresse haben. Schwör. Ey, ich kann das echt nicht glauben. Als wenn der wirklich mir für 1000 Minecraft-Diamanten-McDonald's nach Hause liefert, Digga. Ihr merkt schon, meine Stimme verändert sich schon so. Ihr merkt schon, wie unglaubwürdig ich das finde. Aber wenn das... Digga, ich hab Hunger. Also von daher würde ich sagen, besorgen wir jetzt einfach mal 1000 Diamanten, Leute. Ja, Mann. Ach, Mann. Hm, ich hab hier leider irgendwie keine Diamanten auf meinem Grundstück. Was machen wir denn da? Wo bekomm ich denn jetzt Diamanten her, Mann? Wir graben einfach mal. Hier werden bestimmt irgendwo Diamanten sein, oder? Was sagt ihr? Oh. Mann. Ey, das sind zufällig 1000 Diamanten, Mann. Was ein Zufall, Alter. Okay, jetzt sollten wir ja eigentlich unser McDonald's-Menü bekommen, oder? Wir gehen wieder zu ihm. Ey, Feo. Feo? Hä, wo ist er hin? Leute, Feo ist offline. Nein. Wir bekommen kein... Wir müssen doch noch ein McDonald's-Menü bekommen. Ey, ich hab Hunger. Ich hab jetzt extra Diamanten organisiert. Ich will mein McDonald's-Menü, Mann. Okay, Leute. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als später nochmal wiederzukommen. Ich hoffe, dass er heute nochmal online kommt. Leute, ich will jetzt... Ich hab jetzt extra Diamanten organisiert. Jetzt will ich auch mal McDonald's haben, Digga. Zwei Stunden später. Okay, Leute. Ich guck jetzt heute noch ein letztes Mal. Sonst muss ich mir anscheinend selber was zu essen organisieren heute. Erster! Ja! Hab deine... Dias. 1000 Stück. Ja, ich hab 1000 Stück. Okay, ich dropp ihm jetzt die Dias. Ja, ich hab wirklich 1000 gefarmt. Ja, hab ich... Ähm, worauf hab ich Hunger, Leute? Ähm, ein... Ein Big Mac-Menü. Ich will ein Big Mac-Menü, ja. Er macht wirklich ernst. Okay, Leute. Ich werd hier jetzt einmal, ähm, meine Adresse auf ein Schild schreiben. Okay, ich hab die Adresse hier jetzt aufgeschrieben. Ich hoffe mal, ich hab jetzt nicht dem Falschen meine Adresse gegeben. Wenn er korrekt ist, krieg ich jetzt gleich McDonald's, Digga. Wie geil ist das denn? Oh, Leute. Er hat mir sogar geschrieben, ob ich SkyGuy bin. Ähm, kann sein. Es gibt natürlich ein paar Schlingel, die da meinen Namen kennen. Und vielleicht auch, äh, das ein oder andere Mal, ähm, gehört haben, in welcher Stadt ich wohne. Er schreibt, mein Big Mac-Menü ist unterwegs. Okay, Leute. Jetzt müssen wir anscheinend nur noch warten, Leute. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich soll schreiben, wenn's angekommen ist. Und ob's geschmeckt hat. Alles klar. Leute, ich warte jetzt auf mein Big Mac-Menü. Bis gleich. Eine Stunde später. Leute, ich warte jetzt seit fast einer Stunde auf mein Essen. So langsam glaub ich, dass es nicht mehr kommt. Und ich frag ihn jetzt einfach noch mal. Ich frag ihn einfach mal. MSG, Theo, kommt mein Essen noch? Weil ich hab echt Hunger, Leute. Ich hab wirklich Hunger. Und wenn er jetzt, er soll mir jetzt einfach sagen, wenn er mich verarscht hat, Digga. Ich, 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 ich brauch etwas zu essen. Ich warte seit drei Stunden, weil ich dieses kostenlose Mac-Menü haben will. Ist noch nicht da. Sollte eigentlich gleich da sein. Lol. Okay, er sagt, sollte gleich da sein. Okay, dann warte ich jetzt einfach noch mal ein bisschen. Alter. Okay, ja, wir müssen halt warten jetzt. Okay. Okay, Leute, es hat tatsächlich geklappt. Es hat später noch an meiner Tür geklopft. Und wie ihr seht, habe ich mein Big Mac-Menü bekommen. Ich hatte tatsächlich sogar noch sechs an Nuggets drin. Pommes und eine Sprite war, glaube ich, mit dabei, Leute. Es stimmt wirklich. Also, wenn ihr mal tausend Diamanten loswerden wollt, Leute, kommt auf meinen Server. OP-Sucht-Brunette. Wenn der Typ da ist, könnt ihr euch ein kostenloses Mac-Menü, äh, ja, abholen, Leute. Oh mein Gott. Wundert euch nicht. Ich vertone das jetzt hier nochmal nach. Ich hatte leider bei dem McDonald's Unboxing mein Mikrofon aus. Deswegen. Und ja, was soll ich jetzt noch zeigen, wenn ich es gegessen habe? Deswegen mache ich das Ganze jetzt so. Leute, ich hätte nicht gedacht, dass das noch klappt. Oh mein Gott. Ich wünsche euch jetzt, ja, einen wunderschönen Abend noch. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.